Hi, ich bin Johannes von dem Kanal Music Room und ich begrüße euch hier zu einem kleinen Spezialvideo. Ihr seht schon im Hintergrund, ich habe ein bisschen dekoriert bzw. aufgearbeitet. Ab nächster Woche startet, wie im letzten Jahr auch schon der Adventskranz. Das heißt, jede Woche Sonntag um 12 Uhr kommt exklusiv für euch wieder ein kleines ruhiges Lied, das ich komplett a cappella eingesungen habe, zum Nachdenken und zum Entspannen, während wir die Kerze im Hintergrund anzünden. Ich hoffe, ihr schaltet fleißig ein und jetzt im Anschluss hört ihr einen kleinen Teaser, was für euch nächste Woche kommt. Bis dann!